So, mit dem Serpify begrüße ich euch heute zu einem neuen Video und zwar brauche ich, ne sammle ich ja überschrittene Schwellen und da fehlen mir noch einige und da wollte ich mal fragen, also wenn ihr was habt, da schreibt mich mal bitte an, also es ist egal welche aus überschrittene Schwellen, hoffentlich ich hab sie noch nicht. So, ok, das war's. Wenn ihr welche habt, die mir noch fehlen, dann meldet euch bitte und ja, ciao.